Musik Im Nu hat sich die Amstettner Eishalle gefüllt, denn die SPÖ Amstetten hat zum Gratis-Eislaufen geladen. Ob begeisterte Eisläufer oder auch Newcomer, sie alle haben sich die Eislaufschuhe übergezogen, um diesen Tag sportlich und unterhaltsam mit Freunden und der Familie genießen zu können. Die Besucherzahl, die Kinder, die heute da sind, die Erwachsenen, die heute da sind, die schätzen das schon, wenn man die Eishalle kostenlos benutzen kann, ein tolles Programm ist. Die Kinderfreunde sind dabei. Ich denke mir, das gibt uns einfach recht, dass das Familienfest am Eis tatsächlich eine ganz besondere Bedeutung hat und natürlich für uns als SPÖ-Mandatarinnen und Mandatare die Möglichkeit gibt, erstens einmal viele Kontakte zu knüpfen und zum anderen etwas für die Familien zu tun. Ja, weil Eislaufen prinzipiell Spaß macht. Ich bin ganz oft da mit meiner kleinen Tochter. Wir genießen das sehr, das Angebot. Na ja, nachdem das ja schon ein paar Mal veranstaltet worden ist von Seiten der Stadtorganisation der SPÖ, haben wir uns heuer dazu entschlossen, das wieder einmal anzubieten, dass wir einen Nachmittag freien Eintritt machen für alle Familien, die gerne unsere schöne Eishalle benutzen wollen. Ja, wir haben das Eislaufen eigentlich schon vor früherer Zeit einmal mehrfach veranstaltet. Ja, und es war so eine spontane Idee kurz vor Weihnachten gemeinsam in der Stadtpartei das wieder einmal zu veranstalten und ich glaube, es ist ganz gut angekommen. Gut angekommen ist es auch bei der SPÖ-Bezirkskandidatin für die Landtagswahl 2018, die sich ebenfalls die Schlittschuhe übergezogen hat, um gekonnt ein paar Runden auf dem glatten Parkett zu drehen. Ja, voll toll. Also allein, dass es da eben diesen Eislaufplatz gibt für die Region, ist das natürlich ganz eine tolle Sache. Und heute der Kindereistag von der SPÖ, wo die auch den Eintritt übernehmen, also wirklich, ja, Gratulation. Und für alle Familien ist das natürlich ein tolles Highlight. Zum einen wurde der familiäre Aspekt großgeschrieben, zum anderen auch der sportliche durch die ECU Amstettener Wölfe. Ja, wir haben den Eishockey-Sport vorgestellt. Danke an die SPÖ Amstetten, dass wir das machen können. Wir haben ein Drittel zur Verfügung gehabt, die erste halbe Stunde, 35 Minuten. Wie gesagt, wir haben den Eishockey-Sport vorgestellt. Ja, ich glaube, Eislaufen oder Eishockey-Boom derzeit, wenn man da jetzt in die ganze Halle schaut, wie viele Leute da herumfahren und wie viele Leute sich da auch als Schläger genommen haben und probieren zum Eishockey-Spielen. Also das ist wirklich fantastisch. Ja, und natürlich wollen wir auch davon profitieren und schauen, dass wir noch mehr Kinder haben als wir jetzt schon haben. Und ja, macht dann Spaß, die ganzen Kinder und auch die Erwachsenen da zum Eishockey rumfahren zu sehen. Mit viel sportlichem Einsatz haben die Mini-Wölfe richtig guten Geschmack auf die Sportart Eishockey gemacht. Schlittschuhlaufen auf der Eisdecke der Amstettener Eishalle ist für alle mit zwei Kufen unter den Schuhen ein Dreh- und Schlitterspaß, der oft auch Lach- und Sitzmuskel strapaziert. Das Kulte am Eislaufen ist, dass man einfach herumfahren kann und wenn man nie auf die Falle kommt, kann man wenigstens erstmal die Hälfte vom Feld rutschen und man kann auch viele Tricks damit machen. Weil es uns einfach Spaß macht zum Eislaufen. Zufällig. Wir wussten nicht, dass das ist. Dass man mit Freunden da sein kann und einfach mit Freunden Spaß haben kann. Es war jedoch nicht alleine nur ein Ansturm aufs Eis, sondern auch auf die Spiele- und Bastelecke der Kinderfreunde. Damit wurde ein perfekter Familiennachmittag geboten. Ich glaube, dass das A und O ist für Familien und für das, dass wir einfach eine lebenswerte Stadt sind, dass wir dieses Angebot haben. Und wie man sieht, das wird sehr gut genutzt. Absolut zufrieden. Ich denke mir, das übersteigt alle Erwartungen. Wenn die Eisfläche bumf hoh ist, wenn draußen alles bumf hoh ist, dann passt die Veranstaltung und wir freuen uns. Das ergibt für den ersten SP-Familien-Eislauf-Tag 10 von 10 Punkten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.